Du bist nun also der Champ der Pokémon-Liga und denkst, du hast alles erreicht, was du je wolltest. Du wolltest der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war, hast du geschafft. Du hast den stärksten Champ in allen Pokémon-Spielen besiegt. Ich werde jetzt nicht verraten, wer es ist, falls jemand noch nicht durchgespielt hat, aber das war der stärkste Champ ever. Zurecht. Mega, mega mächtig. Also hast du durchgespielt und jetzt bist du fertig? Kannst du am Strand liegen, deine Nuggets chillen? Und theoretisch ja, das war das Hauptspiel des Ziels, der Champ zu werden. Aber glaub mir, du hast noch einiges zu tun. Beginnen wir schon mal damit beim Pokédex. Die meisten von euch werden nach dem Champ natürlich logischerweise noch kein Bisasamen zum Beispiel sehen. Warum? Das allererste, was du tust, nachdem du Champ wurdest, du musst in deinem Pokédex alle 150 Pokémon, die du erst mal sehen kannst, in deinem Pokémon gesehen haben. Dann gehst du zum Professor, holst dir deine nationalen Pokédex ab und dann kannst du knapp 500 Pokémon sehen. Ja, dann beginnt mich aus der Spaß, denn, wie wir aus dem allerersten Spiel wissen, I gotta catch em all, schnapp sie dir alle. Du willst alle haben, du willst alle sehen, du willst alle fangen, ganz klar. Da ist dein nächstes Ziel, alle Pokémon zu finden, zu fangen. Sei es legendäre im Hamansu-Park. Sei es im Untergrund, wo dich jetzt plötzlich zig andere Pokémon erwarten, wenn du einen nationalen Pokédex hast. Ich schwöre es dir, hol den nationalen Pokédex, geh runter in den Untergrund und guck dir die ganzen Räume an, dir werden die Augen rausfallen. Daher zum Beispiel dieser Samt. Geh in das Großmoor, da kommen jeden Tag andere Pokémon. Geh in die Villa, da kommen im Garten jeden Tag andere Pokémon. Tausch mit deinen Freunden. Warum mit Freunden? In Pokémon, strahlender Diamant und in Pokémon leuchtende Perle gibt es unterschiedliche Pokémon. Als Beispiel, hier bei mir, bei Pokémon Perle, gibt es kein Lavita, a.k.a. dann weiter Despota. Gibt's nicht. Egal wie, was ich versuche, ich kann sie nicht bekommen. Das muss man aus strahlender Diamant holen. Bedeutet, wichtig nach dem Champ, Freunde. Tausch mit deinen Freunden aus unterschiedlichen Editionen die Pokémon, die auf deine Edition nicht erhältlich sind. Das sind unzählige, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Guckt im Internet am besten nach, Pokémon Unterschiede zwischen Editionen, dann seht ihr alle Pokémon. Denn es gibt auch bei den legendären Pokémon große Unterschiede. Ihr wisst ja, dass ihr zum Beispiel Dialga nur im Pokémon Diamant erhalten könnt und Palkia im Pokémon Perle. Das gibt's aber auch noch mit anderen legendären Pokémon. Zum Beispiel, muss ich jetzt ein bisschen spoilern, im Hamanzu Park gibt's ja zum Beispiel auf meiner Edition Arctus, Zapthus, Labradus, die ich noch fangen werde. Vielleicht in einem Livestream oder in einem Video, ich weiß noch nicht. Sondern so, die drei Vögel als Beispiel gibt's bei Perle. Im Diamant gibt's dafür Raikou, Suikun und Entei. Also selbst bei legendären Pokémon kommst du nicht drumherum mit deinen Freunden zu tauschen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, nach dem Champ werden ist der nationale Pokédex, den vollständig zu machen und dadurch halt eben, wie gesagt, die ganzen legendären sich zu schnappen. Was auch noch möglich ist, was ich mir da aufgeschrieben habe auf meinem Zettel hier, sind Pokémon Schwärme. Nachdem du Champ wurdest, nachdem du nationalen Pokédex hast, schließen sich überall neue Pokémon sozusagen freier Wildnis an. Als Beispiel, Jubelstadt, wo ich euch schon erklärt habe, wie man den Pokémon Radar benutzt. Den brauchst du nämlich zum Beispiel, um eben diese seltenen Pokémon zu finden. Als Beispiel gehst du hier nach oben, da haben dich früher immer nur gewisse Pokémon erwartet. Hier zum Beispiel in diesem Gras gab es immer nur Bidiza, Staradili, Scheinux als Beispiel. Und wenn du heutzutage den Pokémon Radar benutzt und diese Felder hier wackeln, kann unter anderem zum Beispiel auch ein Trastler drin sein, was dir vorher nicht möglich war, bevor du Champ warst, bevor du nationalen Pokédex hattest. Aber auch dazu gibt es zig andere Videos von mir schon, jetzt bin ich reingelaufen da, gibt es auch zig andere Videos auf meinem Kanal schon, schaut da gerne rein, zum Pokéradar, zu den ganzen legendären Pokémon, zum Untergrund, zu allen möglichen Sachen, die wichtig sind, um eben deinen Pokédex zu vervollständigen, was dein zweites Ziel sein sollte nach dem Champ. Gibt es überall Videos, schaut da auf jeden Fall rein. Aber wie gesagt, der Pokémon Radar ist genauso wichtig wie die Untergrundhöhle. Dann gibt es noch zwei legendäre Pokémon, die von dir weglaufen, und zwar Vesprit und Griselia. Die musst du erstmal finden, dann hauen sie ab und dann musst du sie im Gras jagen. Auch das gehört nun zu deinen Aufgaben als Pokémon Champ, der alle Pokémon haben will. Jage dein Griselia, jage dein Vesprit und fang natürlich, um deinen normalen Pokédex zu vervollständigen, auch Topputs und Selfie in den jeweiligen Seen, in den Höhlen. Ganz wichtig, sonst kriegst du die 150 Pokémon gesehen, ja nicht voll. Was gibt es hier noch? Andere, blablabla, blablabla, genau. Geheime legendäre Pokémon gibt es hier auch noch, wie unter anderem zum Beispiel Heatran. Wie du die fängst, habe ich auch ein Video gemacht, schaut euch das gerne an nach dem Video. Es gibt eine Playlist, wo alle drin sind. Das Ganze auch übrigens bei Pokémon Schwert und Schild, auch zu den DLCs. Und das Ganze werden wir natürlich auch machen bei Pokémon Legends Arzois. Also schon mal kostenlos abonnieren, um das Ganze nicht zu verpassen. Und durch Daumen nach oben, wenn es euch bisher schon mal gefallen hat. Ja, auf jeden Fall, dann hast du alles gejagt, alles gefunden. Was machst du dann? Nachdem du der Champ wurdest, ist eine Sache auch ganz wichtig, Leute. In allen Städten, wo du einen Orden geholt hast, in jeder Arena, ist nun auch wieder ein neuer Arena-Kampf da. Alle Champs sind jetzt wieder da, in viel, viel stärker. Und die willst du jetzt natürlich nochmal besiegen. Du als Champ willst ihnen beweisen, dass du auch weiterhin der Beste bist. Egal, ob du sie damals in der Arena besiegt hast. Du wirst sie nochmal besiegen und nochmal auslöschen. Auch eine ziemlich geile Sache, die man auf jeden Fall machen kann. Dann, wie schon gesagt, zum Pokédex vervollständigen. Ist es auch ganz wichtig, nachdem du deinen nationalen Pokédex hast und vieles weiteres gemacht hast, was ich, wie gesagt, schon erklärt habe, ist der Hamannzu-Park hier sehr, sehr wichtig für dich. Denn da drin sind die legendären Pokémon, die du im Untergrund vielleicht irgendwie bekommen kannst. Wie gesagt, alles schon erklärt, aber auch das gehört dazu. Dann natürlich schließen sich auch noch zwei neue Gebiete auf der Map. Und zwar rechts oben kannst du dann hin ins Kampfareal, ins Überlebensareal und ins Erholungsareal inklusive Vulkan im Karlberg. Das ist auch alles neu. Im Überlebensareal erwartet dich der Duellturm. Das ist auch eine Sache, die du jetzt machen kannst, nachdem du den nationalen Pokédex freigeschalten hast. Also es reicht nicht, der Champ zu sein, sondern du musst auch den nationalen Pokédex haben, den du bekommst. Wie gesagt, wenn du alle 150 Pokémon gesehen hast, dann kannst du ins Überlebensareal und kannst dort in den Duellturm, beziehungsweise du kannst es auch schon vorher machen, aber es macht natürlich mehr Sinn, es erst danach zu machen im Duellturm. Auch wichtig, mit Freunden kämpfen ist natürlich auch so eine Sache. Du willst natürlich auch zeigen, hä, ich bin der bessere Champ als mein Freund. Haust ihm auch noch schön aufs Maul. Online kämpfen auch durch möglich, jederzeit im Spiel, wenn du nicht in einem Gebäude bist, auf Y drücken. Und du kommst rein in den lokalen Raum, um gegen deine Freunde, die neben dir sitzen, spielen. Oder im globalen Raum, um eben auch mit anderen Spielern zu tauschen oder mit deinen Freunden zu kämpfen, wie gesagt. Natürlich ist es auch möglich, mit anderen Spielern zu tauschen, ist aber schwer, sich zu verständigen. Ist alles nicht so einfach, wenn ihr tauschen wollt, zum Beispiel, vielleicht nützt ihr auch meinen Discord-Server, Link in der Überschreibung, das sind so circa 9000 Menschen. Und ich denke, da sind einige dabei, die auch Pokémon spielen. Schaut da gerne rein. Auf jeden Fall kämpfen und so weiter, auch wichtig. Eine wichtige Sache, die auch mich gefühlt in jedem Kommentar mich verfolgt. Wenn du im Untergrund bist und aus dem Untergrund nicht mehr rauskommst, drück einfach Y und dann aus dem Untergrund herauskommen drücken. Einfach Y drücken, Leute. Okay, Duelltour, Freunden kämpfen und dann willst du natürlich die besten Pokémon haben. Nachdem du den nationalen Pokédex hast und so weiter und so weiter, kannst du bei deinem Pokémon etwas Neues sehen, was du früher nicht gesehen hast, wenn du in deine PC-Boxen reingehst. Und zwar, ihr seht es jetzt hier rechts hinter mir, die Daten. Du kannst dein Pokémon angucken, du weißt die Werte, das konntest du schon immer sehen. Und dann gibt es jetzt noch die Richter-Funktion. Da brauchst du nur auf Plus drücken, dann kommst du in die Richter-Funktion. Und da siehst du, hey, wie krass ist eigentlich mein Pokémon? Ist das scheiße? Könnte ich es vielleicht mit einem Ditto besser brüten? Woher man Ditto bekommt, habe ich auch schon erzählt. Denn es gibt natürlich große Unterschiede. Hier bei meinem Draschl zum Beispiel steht, bei Angriff, sensationell. Und das ist der höchste Wert, den du haben kannst. Wenn bei allen sechs Werten steht, sensationell, hast du das beste Pokémon gebrütet, was erstmal möglich ist mit dem sogenannten IV. Damit ist es deutlich stärker als ein Pokémon, das diese Werte nicht auf sensationell hat. Also es ist dann ein klaren Vorteil, auch da gegen deine Freunde, gegen die Arena-Leiter, nochmal die Liga machen und so weiter und so weiter. Also auch Brüten mit Dittos oder was auch immer bringt dich weiter, um eben die Werte zu erhöhen. Fang dir starke Pokémon. Wieder und wieder, versuch es immer wieder und wieder, hol dir stärkere Dittos, versuch auch immer stärkere Dittos zu fangen und verbessere somit durch Brüten deine Pokémon. Oder halt auch Shiny-Brüten natürlich möglich, wenn du ein ausländisches Ditto hast, kannst du dir auch online ertauschen. Die Shiny-Chance ist dann bei 1 zu 512. Apropos Shiny, Shiny-Jagen ist natürlich auch eine Sache, die auf jeden Fall noch eins der Dinge ist, die du tun willst. So wie mein wunderschönes Shiny-Gardevoir, das habe ich mir höchstpersönlich im Gras mit dem Pokeradar-R jagt. Wie genau, wie gesagt, das habe ich schon ein Video gemacht, aber Shiny-Jagen, egal ob Brüten, egal ob im Gras, ist auch eine wichtige Aufgabe, eine nächste Aufgabe für dich. Denn mal ehrlich, jeder will ein Team aus Shiny-Pokémon. Also auch das ist zu tun, nachdem du einen Champ besiegt hast, im Endgame von Pokémon Perl und Diamant. Und ich würde auch sagen, das war's abschließend. Du brütest dir und erholst dir das stärkste Pokémon. Brütest dir am besten sogar noch in Shiny oder fängst dir in Shiny. Und damit bist du bereit, die Arenen zu besiegen. Natürlich kannst du auch, so wie ich, ein wunderschönes Outfit dir anziehen, ein neues. Ihr seht, ich habe etwas anderes an, als den normalen Charakter. Dazu musst du natürlich Geld farmen. Wie man Geld farmt, habe ich auch schon im Video gemacht. Und so weiter und so weiter. Es gibt unzählige Videos schon von mir, die ihr euch gerne angucken könnt, jetzt auf der Endcard in der Playlist. Jetzt wisst ihr circa, was ihr noch alles zu tun habt. Ich werde auf jeden Fall jetzt weitere zig Stunden verbringen im Untergrund. Ob alleine oder online, ist euch überlassen. Im Untergrund werde ich aber noch einen Arsch voll Zeit verballern, um zu graben. Ich liebe es zu graben, 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 graben und neue Pokémon hier unten zu fangen. Das sind meine nächsten Aufgaben. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Was tust du nun, nachdem du der Champ bist und den nationalen Pokédex freigeschalten hast? Was tust du gerade? Oh, und danke, da hat gerade jemand abonniert, lol. Leute, wie gesagt, wenn du auch abonnieren willst, gerne kostenlos, kostet ja nichts. Wenn du mich mit meinen kompletten Videos unterstützen willst, kannst du es auch tun mit deiner Kanalmitgliedschaft. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Endgame von Pokémon. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Und ein riesen Dank natürlich auch an meine Top-Kanal-Mitglieder, ohne die die ganzen Videos überhaupt gar nicht möglich wären. Schabbruder Ultra Instinct, BlackXJ, Wehrhase Super Saiyajin Blue und Wehrhase Red, Wehrhasection, Patrick S, Hakai Shin, Dennis V, LSSJ, Broly, Sascha N und Benjamin W. Herzlichen Dank. Willst du auch den Kanal supporten? Guck einfach in die Videobeschreibung. Guck einfach in die Videobeschreibung.